Ich habe so viel in der Uhr gemacht, so eine Scheiße. Oh, what? Alter, Paul. Alter, ich hab den Mega-Jackpot. Scheiße. Paul! Was für ein Jackpot? Na hier, East Coast, West Coast. Was ist denn für ein Jackpot? Ich hätte komplett frankling gehabt. Also, übel viel frankling. What? Hast du es nochmal aufgeladen, oder was? Mhm. 2.200 Dollar. Oh mein Gott, what the fuck? Ja, ich würde sagen, alles wieder Reh. Mhm. One headshot, one side. Oh mein Gott, Alter. Ich komme mir nicht drauf klar, ne? Ey. Geh down. Ich hab meinen Rekord gebrochen. Ja, GZ. Muss ich sagen. Fast 2.000 x mehr. Geil, Danny. Siehste. Komm, da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was, da geht noch was. Ich glaube, der gibt nichts mehr hier. Jetzt tripst du richtig raus. Mhm. Pushing B. Dann kannst du mal Klapp halten. Was ist denn der Video, glaub ich? Ja. Ja, mir geht doch geil. Kotzig. Ha, genau wie du. Ey, wieso ist der mit der Bombe B gegangen? Oh man. Ey, schadern aber die Dead Spins rein, ey. Holy moly. Ey, das ist der letzte. Oh Gott sei Dank, ey, die haben fast die Runde geworfen. Ey, ich bin jetzt so aufgedreht happy, ne? Wie viel... Alter. Ja, dann hast du, ich würd sagen, eine Million hast du aufgeladen. Wie viel hast du jetzt nochmal aufgeladen? Zwei Millionen ungefähr. Also, zwei Millionen hast du aufgeladen und vier Millionen hast du jetzt. Fünf sogar. Ja. Das kann man natürlich sagen. Ich einlack, ey, es ist unglaublich. Alter, das war krank, ey. Nee, nee. Hui. So, Cashout. Ja? Auf jeden Fall. Ja? Ja. Musik. Semmerich. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe jetzt viel PARISA und cruelty wiren uns aufgeladen.